... die Position zu der Frage gesagt hat. Und ich denke auch, dass man natürlich die Lehren aus dem, was Sozialismus genannt wurde, DDR, Sowjetunion und so weiter, ziehen muss. Die SAV kommt aus einer Tradition derjenigen Kräfte in der kommunistischen Arbeiterbewegung, die gegen den Stalinismus gekämpft hat. Also die Person Trotzki in den 20er, 30er Jahren sich ausgedrückt hat und die immer in den Kampf geführt haben, quasi den Stalinismus und diese Einparteienherrschaften, diese Bürokratie von links zu kritisieren und quasi die dort zustande gekommene Wirtschaftsstruktur, also öffentliches Eigentum, Planung statt privater Konkurrenz, letztendlich von den Fesseln dieser Parteienherrschaft zu befreien. Das wäre da immer unsere Perspektive gewesen. Und in dem Sinne, das habe ich vorhin versucht im Halbsatz zu sagen, reicht es tatsächlich nicht einfach Verstaatlichung zu fordern, sondern man muss sagen, dass es unter demokratischer Kontrolle Verwaltung stattfinden muss und dass quasi die Interessen der gesamten Gesellschaft, der Bevölkerung und der Umwelt Ausgangspunkt des Wirtschaftens werden müssen. Ich finde trotzdem die Frage spannend, was wäre denn eigentlich möglich, wenn heute auch in einem Land wie Griechenland eine linke Regierung an die Macht käme, die eine Strategie des Bruchs mit dem Kapital fährt. Was aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit ist, überhaupt Arbeiterinteressen zur Geltung zu bringen. Weil wenn man diesen Bruch nicht betreibt, es gibt da keine Kompromisslinien. Und das halte ich in der Politik, die Syriza betreibt, für extrem gefährlich. Das hat der Genosse vorhin leider nicht ausgeführt. Weil die Syriza-Führung eigentlich davon ausgeht, dass die EU oder die Troika einen Rauswurf Griechenlands aus dem Euro nicht riskiert, aus Angst vor einer Kettenreaktion. Und deshalb denkt die Syriza-Führung tatsächlich, wenn sie die Regierung haben, werden sie in einer starken Verhandlungsposition, um mit Merkel, wie sie auch alle heißen da, der Rumpoi oder so, ich kenne die Namen gar nicht alle, quasi auszuhandeln, dass es einen ordentlichen Schuldenschnitt gibt, dass die ganzen Bedingungen für Sozialabbau, Privatisierung usw. zurückgenommen werden. Also dass Griechenland genug Geld gibt, um quasi eine soziale Entwicklung einzuleiten. Das halte ich für eine völlige Illusion. Es ist für, bei aller Angst, die es vor einer Kettenreaktion gibt, wenn ein Land wie Griechenland aus dem Euro rausfliegt, ist die Angst weitaus größer, dass wenn eine linke Regierung das Kapital erpressen kann, dass das eine Kettenreaktion auslöst, die für die Herrschenden viel, viel gefährlicher wäre. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich der Meinung bin, dass die Angst vor der Kettenreaktion, zumindest was Griechenland und auch Zypern angeht, zurückgegangen ist. Also da gibt es ziemliche Debatten, auch innerhalb der Mächtigen in Europa. Und wenn man sich anguckt, wie gerade die deutschen Vertreter mit der Zypern-Krise umgegangen sind, dann kann man da glaube ich schon auch daraus lesen, dass die bereit sind, das Risiko bei so einem kleinen Land mal einzuleiten. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Also da halte ich die Strategie von Syriza für sehr gefährlich. Wenn Sie den Bruch eingehen würden, ich glaube schon, dass eine solche Linksregierung, Arbeiterregierung mitten im Programm von Verstaatlichungen, was dann auch den Aufbau von Industrie wieder nötig machen würde, dass so ein Programm die Lebenssituation von Menschen in Griechenland in bestimmten Grenzen verbessern kann. Also dass bestimmte Dinge, die da gerade die unmittelbarsten Probleme sind, medizinische Grundversorgung, Wohnungsnot, also da kann man durch die Konfiskation alleine des Kirchenvermögens, der orthodoxen Kirche, also durch Enteignungen, durch die Übernahme der immer noch auch in Griechenland vorhandenen privaten Reichtümer, könnte man einiges machen. Das löst natürlich nicht die strukturellen Probleme und dann gibt es ganz viele Fragen, die sich dann stellen würden, die aber im Kampf gelöst werden. Und da spielt die internationale Arbeiterbewegung eine ganz wesentliche Rolle. Es würde einen riesigen Unterschied machen, wenn also in Griechenland eine solche revolutionäre Regierung an die Macht kommt, solche Maßnahmen ergreift und sie würden mit einer kompletten Wirtschaftsblockade konfrontiert sein, wie das Kuba war. Es macht einen riesigen Unterschied. Ich glaube aber, dass man da gar keine Alternative hat, als auf eine internationale Solidaritätskampagne, Ausdehnung von Kämpfen zu setzen. und darauf zu setzen, dass so ein Schritt erstmal für die betroffenen Länder, Spanien, Portugal, Irland, ein unglaubliches Beispiel wäre. Also ich glaube, es würde eine Bewegung in diesen Ländern auslösen, die alles in die Schatten stellt, was wir in den letzten Jahren da gesehen haben. Ja, das würde das ja bedeuten. Wir sehen ja sowohl eine ökonomische als auch eine politische Krise und natürlich würde die Politik einer solchen Linksregierung eine Zuspitzung bedeuten, weil es eben einen Bruch bedeuten würde. Und ich glaube aber, dass das ein Potenzial hat für eine Ausdehnung. Und dass man, wenn man die Gelegenheit hat, in einem Land diesen Bruch zu vollziehen, dass man nicht darauf verzichten darf, weil man Sorge hat, dass man isoliert bleibt. Das ist auch ein Stück weit aus meiner Sicht die Erfahrung aus der russischen Revolution. Die waren in vielerlei Hinsicht weitaus schlimmer dran damals. Alleine die Kommunikationsmittel, Kriegssituationen und so weiter. Sie sind aber den Schritt gegangen und haben quasi Revolution gemacht, mit der Perspektive immer sie auszudehnen. Was dann nicht gelang und was ein wesentlicher Faktor dafür war, dass es dann diese Entwicklung hin zum Stalinismus gab, weil das Land eben isoliert und auch wirtschaftlich sehr schwach war. Das Problem, was du jetzt angesprochen hast, dass du gerade in den starken Ländern wie Deutschland eine schwache Linke hast, das macht natürlich die Ausgangssituation schwieriger. Würde jetzt für mich nicht bedeuten, dass man deshalb auf so eine Strategie verzichten sollte. Ich glaube aber auch, dass das hier ziemliche Auswirkungen hätte. Also ich glaube, dass man, also mal ganz praktisch gesagt, wenn es so eine Regierung in Griechenland gäbe, dann könnten wir eine massive Kampagne betreiben für medizinische Versorgung für die griechischen Krankenhäuser. Sammeln, Gelder sammeln, in den Gewerkschaften, in den Krankenhäusern Sammlungen durchführen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Genossen aus Griechenland, der hat gesagt, dann müssten wir eine rote Tourismuskampagne machen. Also dass quasi Menschen dadurch quasi dann auch Devisen nach Griechenland antragen würden, mit denen dann ein linkes oder ein sozialistisches oder ein arbeitergriechen Land in den Außenhandel treten könnte. All solche Sachen werden sich dann stellen. Ich persönlich glaube, dass viele Probleme von so einer Regierung auch isoliert angegangen werden könnten. Aber dass der Druck, auch wenn sie isoliert blieben, der Druck auf Dauer zu groß würde, wie ja auch im Endeffekt der Druck dann auf die stalinistischen Staaten auch so groß wurde. Zu der Sache mit dem Ökosozialismus. Also ich finde Sozialismus ist sowieso ökologisch. Darum habe ich mir diese Begrifflichkeit wie so zu eigen gemacht. Weil ich finde, das ist ein weißer Schimmel. Also Sozialismus bedeutet Produktion nach den Bedürfnissen der Menschen. Der Mensch ist Teil der Natur. Und wenn man die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört, gibt es keine Wirtschaften nach den Bedürfnissen des Menschen. Diese ökosozialistische Debatte, die beinhaltet ja etwas, was du auch geäußert hast, nämlich dieses Opferbringen. Und er hat es mal, würden ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. Da würde ich verwarnen, weil man, wenn man, also einmal kann man mit dem Programm keine Mehrheitsunterstützung für den Bruch mit dem Kapitalismus herbeiführen. Wenn du den Leuten sagst, also ich nehme dir deinen Arbeitsplatz weg, da wird niemand dir folgen. Es ist aber auch nicht nötig. Also ich glaube, die Produktivkraftentwicklung, die Produktivitätsentwicklung ist so weit fortgeschritten, dass man mit einer radikalen Verkürzung der Arbeitszeit die vorhandene Arbeit auf alle verteilen könnte, ohne große Abstriche für die Einkommen zu machen, im Gegenteil. Und dass man die Produktion tatsächlich so umstellen würde, dass man ganz viele unsinnige Dinge nicht mehr machen würde. Und da ist ja Rüstung die Einteilung. Da ist Werbung, Heidekrum, Topmodel-Shows und alles was mit sowas zusammen. Also all der ganzen Müll, den wir uns dauernd ansehen müssen, wenn wir durch die Straßen gehen, das braucht man ja alles nicht. Und dann gibt es aber Sachen, die wir wirklich brauchen. Also da wird man investieren in Ökologie, in Bildung und so weiter. Aber ich glaube, eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich ist darauf die Antwort, es gibt Arbeitsplätze, die braucht man nicht, im Verfassungsschutz sowieso nicht, aber auch in den Atomkraftwerken braucht man nicht. Aber da kann man Ersatzarbeitsplätze für die Menschen schaffen. Und ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt genug Reichtum angehäuft hat, um das zu ermöglichen. Was ich spannend fand, war der Blick von dir auf die Deutsche Linke. Dass du sagst, also du würdest dir so etwas in den Niederlanden wünschen. Um ehrlich zu sein, die Diskussion, die ich manchmal in der Linken mitkriege, ist umgekehrt. Also manchmal sagen, zumindest manche Leute in der Linken, ah, die sozialistische Partei in den Niederlanden, die ist doch so super. Und da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen. Also von daher wünsche ich mir, dass die Erfahrung, die du da in den Niederlanden machst, dass die hier noch ankommt. Ich glaube aber, dass das Problem in der Linken wirklich eins ist, gar nicht mal das, was der Kollege, der jetzt sich die Jacke anzieht, gesagt hat, irgendwie zwischen Reform und Revolution, sondern eigentlich, dass es einen Teil in der Linken gibt, in Deutschland, die gar nicht mal konsequent für Reformen stehen. Die nämlich in den Regierungsbeteiligungen, die sie gemacht haben, in Berlin, zehn Jahre lang, Kontoreformen durchgesetzt haben, die Sozialabkommen betrieben haben, privatisiert haben, Tarifverträge gebrochen haben. Also da ist eigentlich gerade innerhalb der Linken in Deutschland die Hauptauseinandersetzung, dass man verhindern muss, dass diese Kräfte sich durchsetzen. Das ist ein Grund, weshalb wir da auch innerhalb der Linken aktiv sind. Und ich glaube schon, dass der Kampf für Reformen nötig ist. Also der Kollege, der jetzt gegangen ist, hat vorhin gesagt, das würde ja irgendwie eigentlich das System stabilisieren. Das würde ich nicht teilen. Der Kampf für Reformen ist immer eigentlich ein Mittel, um Selbstorganisation, Bewusstsein, Kampffähigkeit zu entwickeln. Und vor dem Hintergrund, dass man davon ausgehen kann, dass der Kapitalismus diese Reformen immer wieder gefährdet, immer wieder angreift, ist eigentlich das auch die beste Schule für revolutionäre Kämpfe und für revolutionäre Veränderungen. Aber auch die einzig mögliche, weil du die Menschen nicht auf einer reinen ideologischen Ebene erreichst, damit sie für Sozialismus kämpfen, sondern du musst mit ihnen ihre alltäglichen Auseinandersetzungen führen, um ihren Arbeitsplatz, um Löhne, um vernünftige Wohnbedingungen und so weiter und so fort. Und in den Auseinandersetzungen dann erklären, dass wenn man die isoliert führt, dass man dann eigentlich auf Dauer immer nur verlieren kann. Dass man sie eben mit einer politischen Perspektive führen kann. Und das andere, was gesagt wurde, finde ich auch wichtig, dass nur Menschen, die diese Perspektive haben, auf Dauer kämpfen. Also das ist auch, finde ich, eine Erfahrung in der Geschichte. Wenn man keine antikapitalistische, sozialistische Perspektive hat, dann wird man Aktivist mal in einem Streik gegen Betriebsschließungen oder in einer Kampagne für dieses oder jenes. Aber Menschen, die auf Dauer kämpfen und sich nicht anpassen, das sind in der Regel Leute, die eine gesellschaftsverändernde Perspektive, eine sozialistische Perspektive hatten. Und darum ist das auch so wichtig, quasi die zu diskutieren, die aufzugreifen, um eine starke linke Bewegung aufzubauen. Weil die Wahrheit ist ja auch hier, was die Partei Die Linke angeht, dass sie in den letzten Jahren nicht stärker geworden ist. Sondern sie hat Mitglieder verloren, sie hat Aktivisten verloren, sie hat Wählerstimmen verloren. Da gibt es viele Gründe für. Aus meiner Sicht ist es aber auch ein wesentlicher Grund, dass sie von vielen Leuten doch gesehen wird, wie eine Partei unter vielen, die sich nicht grundsätzlich abhebt. Die doch irgendwie, wenn es irgendwie entscheidend wird, dann doch in die Regierung mitwollen und dann doch mitmachen. Und nicht eine klare Protestpartei, Antisystempartei ist. Und da, finde ich, muss man den Kampf in der Partei führen, auch in anderen Bewegungen. Aber das, denke ich, lohnt sich. Okay. Dann wünsche ich euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.